Also, der schlechteste Präsident von Amerika seit jeher ist Donald Trump. Barack Obama war ein guter Präsident, weil er nicht so eine grosse, freche Story hatte und nicht die fähigen Leute einfach fristlos gekündigt hat. Und Donald Trump kämpft immer mit den Fake News, aber in Wirklichkeit ist er ein Fake-Präsident, ein falscher Präsident, ein Lügner-Präsident und man muss Donald Trump so schnell wie möglich abwählen, weil er war ja nur Richard Nixon besser als Donald Trump. Und Donald Trump lügt einfach nur die Leute an, alles was er sagt ist gelogen. Vielen Dank.